Die Geräuschgelüsse hier ist anders bescheuert. Und noch dieses rumspringen. Das ist doch ein bisschen der Steigungs zu den Menschen in Minecraft. Rüstung beschädigt, muss ich reparieren. Haben mich gar nicht noch. Ich glaube es passt. Ich habe jetzt 5,5 Reds getlaß. Wie viel Eis haben wir denn hier? 234, 35. Ich habe ja erst vorhin geholt. Woher haben wir denn diese antiken Sachen gehabt? Äh, Bosse. Äh, ich meine die Zündkerzen, da nicht die Punkte. Auch Bosse? Ja, Bosse. Achso. Ja, dann. Gute Idee, dass wir Bosse machen. Ja, ich würde sagen, in einem da treten wir rum und dann mache ich so. Ist schon früh, gell? Ja. Lassen wir nicht über die Uhrzeit reden. Ja. Uhrzeit ist ja fast egal, je nachdem wie man halt, wie man halt kann. Rüstung reparieren. Äh, ja. Äh, ja. Ja, ich kann meine andere Rüstung nicht reparieren, weil es fehlt halt der tiges Bauteil. Gott. Dann das Team nochmal zusammenstellen. Wir müssen ja jetzt nicht fliegen oder so. Außer es ist irgendein Dungeon mit ... So, vier dieser Fuzzis da und der Boss. Okay, ähm, werde ... Wenn ich die Kugeln hole, already. Und bloß drei, fertig hier. Oder hattest du gerade eben zufällig genommen? Negativ. Ich hab nur drei, gell, wir jetzt. Wird, 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 wird. Das ist brutal, hm, was für Skillbäume und all diese Spiele mal haben, wie sie es dann am Schluss so ergibt, dass du dann wirklich komplexe Sachen brauchst. Was hier gar nicht so irgendwie das Gefühl, hast du das Gefühl gar nicht so. Bei Icarus so bin ich immer voll überfordert. Da gibt es dann verschiedene Bäume noch. Da hast du Tech Tree 1, 2, 3. Okay. Und dann, was weiß ich, noch. Hier baut es jetzt schon auf und du brauchst das Tiere erzählen. Aber ich wollte echt mal wieder ein Spiel mit Tiere. Das ist eigentlich mein Ding. Hast du schon mal Conan gespielt? Ne, nicht wirklich, also halt so ein bisschen halt so, ne, aber nichts. Soll man anscheinend auch so, sag ich mal, Menschen zähmen können, damit die halt für dich arbeiten. Ja. Ich meine, die Arbeitgeber macht nichts anderes, ne? Ja, ein Real-Life-Spiel. So, eine mag ich noch und dann passt er schon. Der ist ja nicht so hoch, glaube ich. Kriegen wir doch. 21 blaue, 8 gelbe. Und hier kann ich noch blaue sammeln. Wir brauchen jemanden, der ein gelbe legt. So, ich pochte da hin. We're ready. Wo zum Fick ist denn das überhaupt? Da, wo du bist. Wichtig. Ja, zu der Statue oder was? Ah ja, doch da. Kann sein, dass das auf der Boss ist, die Statue. wäre jetzt ein bisschen doof wegen der Spoiler, aber hey, warum nicht? Ich wollte schon fragen, hast du so ein Ding dabei? Das ist ein Fremder, ne? Ne, der ist ja mein Homie. Okay, bin Port ready. 29 und rot. Jo. Oh Gott, schwingen. Okay, er ist cute. Aber 23 ist er bloß. Oh, falsch, ich hab auf meinen. Oh, ich bin vergiftet, Alter. 549 Leben. Oh. 259 Leben. Ich weiß nicht, was... Ich stand am Anfang so ein bisschen im Weg. Und meine Typen tun nichts. Jetzt. Noch mal sacht unter Typen. 33. 34. 65. 100. Easy. Boah. Ich stand da ein bisschen blöd hier. Und dann bin ich nur am... Ich hab nichts mehr gesehen wegen meinen ganzen Viechern. Dann hab ich auf meinen geschossen, anstatt auf den anderen. Ich verwechselt hab. Das Wild und Imprägnant und Duckmäuser. Also ganz links schlecht. Ja, easy peasy. Jetzt haben wir Züngkerzen. Drei Stück. Pro Boss. Das ist ja brutal. Das ist ja voll wenig. Ich weiß nicht, ob die sonst noch kriegen kamen. Sind das bei... ... allen Bossviechern oder wie? Ja, weil... ... bei Chili Melee haben wir auch welche bekommen. Ja, dann... ... man müsste sich halt einen raussuchen. Wo man immer farmen kann. Also, dass das keine Vollversion ist, ist echt krass. Das ist wild, ne? Ja. Was an der Scheiße ist das noch von anderen Vollversionen. Performance ist halt... ... Hammer. Diese Höhle, waren wir da? Haben wir da geschaut? Ich glaube, ja. Ich hab... Hey, hey, Jero. Shalom. So, für mich ist hier Ente. Jo, passt ja auch. Passt ja auch. Vielleicht 10 Stunden hier. Passt. Passt, du hast mich schon auch gezockt, Jero, mit den Jungs, ne? Wie viel seid ihr denn? Es ist ja schon zu zweit viel krass schneller. Allein ist ein bisschen doof mit dem Aggro. Warst du zweit ist es halt schon... ...ultra krass. Gut schlafen, sagst du? Na, weg da. Graspandawald. Die Herren, die Herren, ich verabscheibe mich. Ich wünsche mir einen schönen Abend und später eine angenehme Nachtruhe. Bis später. Schlaf gut. Tschööööö. Das war gar nicht mal so scheiße mit dir. Ja, war gar nicht so ungeil. Also gar nicht so... Ja, also mit den Viechern, ne? Mit dir. Ja, natürlich. Anderst du drauf geschüsst. Ja, eben. Also, bis denne. Also, Wiederschau. Ich bin später, Peter. Servus, Tschüsseldorf. Ja, bis später. San Francisco, Tschüssko. Ich nur daljem. Ich nur daljem. Äh, hallo Keks, unsere 30, gute Nacht Keks. Achso, ja, okay. Ich lief das scheiße Scheiß vor. Ich hab keinen Wolf dabei. Ich Wolf bin die, ne, oder? Bienengarde. Digga. Oh. Hey, 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 hey. Stopp. Selbstzerstörung. Oh mein Gott, was ist mit denen? Oh Gott, ey, was ist das? Das ist die zweite, die sich selbst... Honig, wir brauchen Honig für... Honig, damit sie poppen können. Ja, doch, was geht? Ich bin gerade zu Fuß unterwegs. Ich wollte eigentlich mit meinem Wolf unterwegs sein, aber ich hab den zu Hause. Wir waren gerade beim Bosskampf. Hast du gesehen, die Elden Ring? Ach, du hast ja Elden Ring nicht gespielt, oder? Es ist überall Elden Ring. Es ist der Eldenbaum da hinten. Es sind Elden Ring-Bosskämpfe mit diesen einen, wo man sich runterportet. Es ist einfach alles Elden Ring hier. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wo geht's denn hier lang, so? Das Spiel ist cool, denn... Jetzt checke ich auch, warum ich's eigentlich mag. Setting hin oder her, das hat verschiedene Spiele in sich. Das hat Pokémon, das hat Elden Ring, das hat alles. Wegen den Tieren, wegen der Zähmungen. Ich liebe doch Arkt, das ist mein Main-Spiel. Wo man Tiere zähmen kann. Mein Zähm oder der Pokerball hin oder her. Das ist halt geil, sowas. Echt? Weil du immer gesagt hast, das ist nichts für dich. Okay. Ja, bei mir ist auch so. Ich hab's auch nur so weit. Ein paar Bosse habe ich's, dann hab ich's auch durch. Bei mir ist es halt safe wegen den Dinos und so. Also. Ich sag jetzt Dinos, aber das mein nicht Dinos. Oh mein Gott, die wollen mich angreifen? Ich hab doch schon von denen ein paar. Ein paar Boxen, komm. Ich hab' nicht mehr so viele von denen. Ich hab' mir erst mal die gelben hergestellt, ey. Mischung aus Ark, Walheim, Cold, Elden Ring. Ja, 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 das ist halt, das ist alles. Und dann scheint irgendwas mit Pokémon oder vielleicht sogar teilweise Arno oder Faktorio oder sowas. Mit den ganzen Systemen hier. Das ist krank. Ich will zu diesem Backel da hin, warum ich jetzt... Ich weiß nicht, warum ich dieses Ding da gemacht hab. Dieses Zeichen da. Krass, also erstmal check ich das gar nicht, dass es überhaupt ein Early Access ist. Es ist bis auf das, was die Mobs manchmal so verpacken und ein, zwei Sachen noch fast fehlerfrei. Das Spiel geht performance-technisch wunderbar klar. Server ultra gut. So, keine Fehler. Ich trüge den ganzen Bock und nehme mir vor, ich gehe kund daraus, äh, wird, ich komm mit neuem Tor. Ja, nein, das ist das Geile. So hab' ich halt ein paar Level gemacht heute. Bin da, ich bin da nicht nie so gern draußen hier, sondern mehr so in der, in der Basis und da verwalten. Und es gibt echt viel mit diesen ganzen Tieren. Und ich bin heute rausgegangen und hab' mal ein paar gezähmt und dann kann man gut leveln, weil man kriegt halt wirklich Punkte. Achso, da bin ich gestorben, deswegen, okay, okay. Was machen die hier schon wieder? Oh, komm, komm, komm. Ja, easy. Ich bin am Leben halten hier. Du Wichser, ich hab' den Ball nicht getroffen. Äh, ein paar Dinge müssen sie aber rasch mal angehen. Server-Browser im Spiel, der ist eine Katastrophe. Ist gut, ist eigentlich egal, ich connecte über IP und fertig. Ja, das ist doch mit dem Scan halt ein bisschen eher länger. Aber wenn du bei IP Connect ist wurscht. Wir waren sogar in der Wüste jetzt hier. So. Ja. Habt ihr dann auf deinen DT-Cadded-Server gespielt, oder was? Ich mach' einfach Copy-Paste, ich merk' mir die auch nicht. Ich mach' dir aber Copy-Paste und fertig. Also mir ist das nicht schlimm. Ohne Passwort kann's eh keiner finden. Also, kann ich nicht finden, der Server. Ich find's teilweise so gar nicht schlecht. Wenn er nicht zu finden ist. Ja, ich weiß schon, das ist ja Quality of Life mit dem Ding, aber... Fast egal. Ab. Das können ja noch vier im Koop spielen, bei Game Pass. Okay, wir sind eh zu dritt. Ja, es geht halt nur im Koop. Genau, genau. Koop geht nur vier, ja. Wer verpackt, oder was? Loll. Stop. Ja. Das war's für heute. ding ist mit dem kommt hier rausgepackt ein habe ich nicht schießen scheiße ich habe nur noch neun scheiße mann luftgejagd lieber in der luftjagd als von mir da unter kontrolle ja ja du schwein du kannst beim game pass keinen namen für den charakter aussuchen bei den gilden siehst du keinen namen kein gild meister alles sehr strange in der veralten version also hier ist alles super hier funktioniert alles das ist ja das schöne ich müsste mal irgendwo hinlaufen wo ich euch zurück behaupten kann ja liegt also eine alte version liegt alles an der alten version verstehe auch nicht warum die nicht einfach aber das ist immer so mit diesem microsoft store das ja ja Lass du mich in Ruhe. Und wird mir jetzt auf der Karte das Ding angezeigt, dass ich in die Richtung laufe. Das nervt mich. Das ist nicht Echtzeit, das Scheiß-Pfeil. Viel Spaß, wie wir allein mit dem ganzen Pokémon hatten. Ja, sie sind auch knuffig. Also das ist echt, echt, echt geil. Ist halt wie arg. Jedes Tier kann etwas anderes und du bist dann gespannt drauf. Und die haben auch noch verschiedene Fähigkeiten. Der andere ist mürrisch, der andere ist total faul, der andere hat dies, der andere das. Das ist immer irgendwie, immer ist irgendwas mit einem. Total cool. Die haben halt ihr Eigenleben. Dann sind sie krank, dann sind sie geschwächt, dann sind sie halt irgendwie traurig. so Tamagotchi mäßig halt. Ist echt geil. Ist echt super. Und das Schöne ist, die ganzen Bosse zu zähmen halt. Das ist was witzig. Hallo. Was macht er denn hier? Dann tausendmal irgendwelche Pokébälle zu werfen oder Paul Balls. Und dann klappt dieses Zehn nicht und dann wieder nicht und dann rollst du irgendwie falsch und so. einen Baum gibt es auf der ganzen Welt. Ich roll da rein und werde dann getroffen. 25er. Höhle des Weglagens hier. Bäh, Stimme. Also, und gell, man hat schon das Gefühl, dass die Entwickler das Spiel gespielt haben. Weil man kann so die Sachen, die sich passieren oder so, oder so schon nachvollziehen. Ist geil, ja. Ich sag mal, entschraudet wird es ultra schwer haben. Und eins der besten Features im ganzen Spiel ist es, dass du deine Mats einfach in die Kiste tun kannst und alle alle Handwerksgeräte oder Sachen können darauf zugreifen. Ja, ich frag mich auch, warum das keine Vollversion ist eigentlich. Also, ich hab mit Vollversion hier, ich hab so einen komischen Typen gezähmt aus Versehen oder Gegenhaltern irgendwie. Welche Scheiß-Liga-Anhänger da? So, warte, ich hab jemand Neues. Was hab ich denn hier Neues? Naja, wenn du den beschwörst, ist er so eine Art, ähm, sowieso der, ähm, der Imperator. Sieht eh schon so aus, wie der Imperator. Ich kann ja mal kurz das Team hier holen. Achso, und ich lauf mit diesen Viechern die ganze Zeit rum. Ich hab vier von diesen Viechern eigentlich. Die sind halt permanent da. Das ist auch krass. Nur greifen die nicht immer an. Also manchmal sind sie auch nur so passiv da. Und zack, hier. Das ist mein Diener. Quasi. Ach, schau mal an. Leute, der macht meine Gigasphären fertig. Hast du dreimal dieses Item für die? Versteh nicht ganz. Knochen. Hey, wir haben irgendwie die ganze Zeit heute keinen Knochen gefunden. Ich hab auch nicht wirklich aktiv gesucht, sondern eigentlich dachte ich, Knochen gibt's einfach. auch. Krass, die Viecher, was? Damit du permanent rausbleibst. Achso, ja, das Lasso, also das Geschirr für die. Ja, ja. Einmal gebaut. Einmal für alle. Du brauchst es einmal, hast es bei den wichtigen Objekten. Ich hab es mit vielen. Der Floppy ist für immer da. Der D-Dream ist für immer da. Und das andere ist die Berechtigung, dass ich die Sättel habe. Hier, Schieß-Munition, Sturmgewehr, dass ich fliegen kann. Also das, das hier, die sind halt immer da. Also eins Hersteller reicht. Weil du stellst es ja halt her für die, für die Klasse oder so. Nur für die Rasse. Achso, weil ich hab halt die im Team. Ich hab halt vier im Team. Das Ding erlaubt es dir, die draußen zu haben. Ich zeig's dir gleich, wenn du die Sachen hier ablegen. Warte. Äh. Buon momento. Das, das. Okay. Kurz reparieren, damit es nicht dort blinkt, hier die Scheiße. Warte. Okay, mach ich, muss ich grad herstellen. Äh, aber doch, es zählt nur für ein extra von dem. Da steht, ähm, ich hab das gar nicht gecheckt zuerst. Ermöglicht es, Daydream, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben. Und ich hab vier Daydream geholt. Fertig. Also bleiben alle vier draußen. Das ist eigentlich die Geschichte dahinter. Ich hab, ich hab mein Team schaut halt so aus. Siehst du ja hier. Da. Ich geh rüber. Vier von denen. Und die sind immer draußen. Und da kann ich noch einen zusätzlich raus. Also hab ich fünf. Fünf draußen. Ähm, ja. Mich stört nur ein bisschen, dass ich immer die Taste vier drücken muss, wenn ich immer befehligen möchte hier. Ich will das sofort haben und ich will Zugriff haben auf eins bis vier alle Waffen. Nicht da scrollen. Weil ich drück immer im Kampf, wenn ich im Stress, drück ich immer B zum Bauen anstatt vier und den Befehl zu ändern. Also das ist zu gut. Ja, ja. Das ist zu gut. Das hab ich auch nicht, das hab ich nur so ausgemacht. Ich hab's gebaut und ich hab gestern den Text gelesen. Erlaubt mir das Ding draußen zu halten. Da hab ich gedacht, das ist eh mal draußen. Hab ich's heute mal gebaut und das hat geklappt. Das ist auch ein Boss. Alles Boss, die wir haben. Hier, hier, ab hier. Voll, voll verrückt. Ich will gerade meine Rüstung reparieren. Und teilweise schon am Upgraden, weil es gibt manchmal zu langsam, die können ja mehr verschiedene Stufen machen. Von, ich sag's, zeig's dir gleich. Warte, dann noch mal hier. Ja, geht, okay. Aber ich kann den anderen Gleiter es nicht herstellen, ne? Fehlen die Mats. Hier. Nee, ich kann das. Jetzt, Gleiter, Gleiter Teil 2. Ich brauche nur noch Stoff. Stoff, äh, eigentlich easy. Ich hab' ja mal aber keine Schafe mehr draußen. Was wollte ich dir sagen? Nee, nee. Es ist in jedem Guide. Bindestich lock. Das ist, was ich selbst probiert hab'. Geht nicht. Es ist in jedem Scheiß Guide. Ey, ich hasse Geists, die das alles erklären, was alles falsch ist. Machen mich fertig, sag ich dir. Diese Geists, machen mich fertig. Dann haben sie Klicks und kriegen Kohle dafür, verliegen Geld. Oh, die sind einfach falsch, die Huren, ey. Schau mal, 2400 Steine. Oh mein Gott. Ja. Was haben wir hier? Reiner hat der Holz. Warte. Abwerfen. So. Äh. Was wollte ich dir zeigen? Vergessen. Achso, ich wollte Stoff machen. Wir haben kein, ähm, ich muss ein Schaf draußen lassen. Wolle brauchen wir. Am Anfang hatte ich 1000 Wolle, weil ich nur Schafe draußen hatte. Ich hatte von meinen ersten Tiere. So habe ich das erst jetzt haben wir es aufgebraucht. Also, dann tun wir mal, ähm, den Dumont raus. Schau mal, die haben halt hier Level 2, siehst du? Von dem Ganzen. Level 2 und Level 3 sogar hin und her schleppen. Total krass. Der ist, der sogar Level 2 mit Feuer machen. Du kannst ja nur Metall schmelzen mit den Feuerfüchsen. Aber der kann es auch. Aber schneller. Schau mal, die B-Gardios, kann die denn transportieren ganz gut. Das können noch andere machen. Mal kurz rausnehmen. Okay, die tun wir hier raus. Ich möchte, ich möchte kurz die Schafe hin. Aber auch Wolle. Ja, Keks hört sich so ab. Ab 2 Uhr oder so angeschlossen. ich habe, ähm, also die, paar Stunden hat er dann mitgespielt. Ich habe, ähm, keine Ahnung, 60, 70 Prozent alleine gespielt und dann kommt er irgendwann dazu. Er macht immer noch so ein bisschen wie Ries, davon kommt dann irgendwie dazu um 2 Uhr oder so, keine Ahnung. aber ist halt dann schon cool, zu zweit ist witzig. Kann man schön, schön quatschi, quatschi machen. und das geilste ist, wir haben eine Tante hier, die Fixie, ich habe die nicht nochmal gefunden, die droppt einfach alles. Die droppt Gold, die droppt diese, die droppt Pfeile und die droppt diese Bälle, diese blauen. Dann gibt es manchmal das hier, alles rumliegt, alles voll. Alles voll, sage ich dir. Hier, 31, das hat sie getroppt sogar. Die sammeln es ja auf. Liegt hier, wenn es niemand einsammelt, liegt hier alles voll, da schon wieder. Das ist Wolde, okay. Manchmal liegt es auch hier unten, wenn es runterfällt. Hab gerade nach dem Einlog 120 Balls werden eingesammelt. Ah, das ist geil. Aber leider nur die blauen. Die blauen sind jetzt nicht so geil. Also bringen halt dann irgendwann nichts mehr. So auf Level 20 Tiere sind sie eh egal. Da sind sie wurscht. Da musst du dann die anderen nehmen. Schon die gelben oder die grünen sowieso. Und das Interessante ist ja, der Server läuft ja weiter. Der läuft ja weiter, der Server. Der stoppt ja nicht wie bei anderen Server. Also musst du echt schauen, dass die dass die mehr essen und trinken haben. weil jetzt habe ich daran gemerkt, wir hatten ein Ei. Das war gestern 24 Stunden. Komme ich heute zurück, war nur noch eine Stunde. Da dachte ich mir, hä? Ah, das ging weiter. Okay, okay. Dann wusste ich, das geht alles weiter, das hört nie auf, der Scheiß. Aber die versorgen sich eigentlich alle. Also einer kann anpflanzen, der andere bewässert und die anderen holen ab. Legen es hier hin, haben sie genug fressen. 682 Beeren. Immer die Hälfte, tu das mal woanders denn noch. Da. Also das geht eigentlich. Mit Beeren hier, ja. Das wollen wir mich mal mit hier ein bisschen. Was haben die hier? 200 geht so, ne? Kann mich trotzdem nicht bewegen. Da sind eh zu viele drüben, ey. Lol. Hallo? Hüchte? Ich will die Kiste nicht anvisieren. Okay, wunderbar. Kurz, kurz, äh. Der Typ, der Typ schaut echt so schön aus. Du musst halt die ganze Zeit, wenn du was kühlen möchtest, musst die ganze Zeit so ein Typ hier stehen. Und wenn er kurz weg geht, laufen die Sachen normal und dann laufen sie ab. Hier muss aber zwischen noch essen gehen. Das ist halt der eine Boss da. Voll wild. so wenig Stoff Max 3 So, ja, warte, ich muss hier Ich würde am liebsten noch mehr Wolle jetzt da haben wollen, ey. Da hat der Stoff ausgegangen. Da hat der Stoff ausgegangen. Ich bringe alles durcheinander hier. Da ist sogar so eine mit Sternchen einer. Sind die noch auf der wichtigen Seite? Ja, okay. Okay, dann kann ich die gleich wieder zurück tun. Dann tue ich noch mehr raus, warte. Solange ich es nicht sortierst, ist es okay. Ist das die die Wixi? Ist das gar nicht die Floppy? Genau, genau. Dann tue ich noch ein paar Schafe rein. Okay. Hast du, ich war wieder gelevelt, oder was? Merke ich gar nicht hier. Auf was bist du denn im Level gegangen? Ich bin am Anfang auf Ausdauer Gewicht auch. Alles so ein bisschen. Jetzt gehe ich fast nur noch auf Leben, weil es ist so krass mit dem Leben, ey. Aber Ausdauer muss halt auch sein. Nochmal Ausdauer. Wenn ich irgendwo hochkriege in der Berghunterfall, hat gestorben, mehrfach ausgerutscht und das zweite Mal kann ich mich nicht mehr festhalten. Achso. Wir haben hier so ein Ding gefunden. Das können wir noch gar nicht herstellen, weil die Matz noch fehlen. Antikes Bauteil kriegst du nur von den Bossen. Das ist halt so eine Sache. Da müssen wir schauen, dass wir einen Bossen mal wieder farmen oder so. Ich habe Ausdauer schon aufgeskillt, weil es ist krass, wie die immer weg geht. Hier. Stoffkleidung Bauplan 4. Das ist schon ein wildes Teil. Und wir haben natürlich jetzt dann für jede Gegend, wo wir sind, haben wir dann verschiedene Kleidung. Tropisch, arktisch oder normal? Dann gehst du in die Wüste zu heiß, Mann. Im Arktis waren wir noch nicht, aber in der Wüste. What the fuck? Das ist dieses große Schaf. Das ist dieser spezielle Schaf. Was wächst denn der da rum? Der soll Wolle. Hallo? Und ich habe mir, ich habe mir ein MacBook gebaut, dass es das automatisch F gedrückt hält. Einfach, einfach jetzt AFK. So vorhin 344 Pfeile gebaut. Küche, hin und her, AFK. Das kannst du nicht vorstellen, dass du stieß da und das dauert ewig. Ich habe einen, der so besonders ist. Ganz am Anfang gefunden. Da meinte Kekse, das ist so eine Art Shiny bei, bei, ähm, Pokémon. Weil er hier so ein Sternchen hat oder so. Ja, aber wenn der, wenn der seine Wolle Arbeit nicht macht, ist ja kacke. Der muss gefälligst Wolle, Wolle legen. Der, der, der muss Wolle legen. Der soll da nicht, ja, es ist nett, dass er was anders hilft, aber Wolle ist halt wichtig für mich. Und ich will der Taste, dass ich nichts in der Hand halte. Okay, die helfen halt gerne, die Schafe. Jetzt ist halt so viel los. Am Anfang hatte ich halt, nur Schafe. Was ist denn mit dir? Noch sechs Stoff. Unser Wasser Paul soll bewässern und kühlen, aber er ist auch einfach bei Holz hacken und sagt, ja, genau. Ja, klar. Ja, klar. Also den haben wir irgendwie gekriegt, der macht fast, der kühlt fast nur und geht zum Schluss noch essen. Das hat der Boss, der Chilio ist das oder so. Die tun sich 24-7 ihre Hörner abstoßen. Oh Mann, ey. Die Muffis, der schlumpft, der so traurig schaut, der macht dann so und hackt dann so. Na, gar keinen Bock. Die Schweine mit ihren vorne, mit ihren Hörner oder Stoßzähnen, nennt das jetzt ja bei den Schweinen. Tun mit dem Farm, ist so geil. Jeder Farm mit dem, was er halt, es ist so ein Detailverliebter im Game. Wenn du mal rumlaufen und am Schauen hier. Der hilft da, der hilft da. So ein bisschen mehr Kontrolle, dass ich sage, dass der nur da helfen soll oder da. Priorisiert. Wäre cool. Ja, die haben wir halt erst jetzt, also keine Ahnung. Wenn ihr jetzt noch mal morgen spielt oder so, überholt sie uns da glaube ich. Zu drittes geht es sehr schnell. Der Progress ist halt auf einmal super schnell dann. Von meiner Sicht aus habe ich nicht viel mehr gemacht als gestern. Nur ein, zwei Level gemacht und ein paar Tiere mehr. Fertig. Aber dadurch kann man halt ein bisschen mehr skillen, aber das ist jetzt halt nicht nicht so schlimm. Ich wollte mir so einen Spiegel bauen, warte. Das Spiel wollte ich mir auch bauen. wo ist denn der Spiegel? Ah, hier. So, so, äh, richtig Dracula mäßig. Dann ist der Ranzsieger oder der Beste. Und wir oben ins Schlafzimmer, oder? Ja, am besten vor das Fenster. Fühl dich, komm. Und geil, dann siehst du, welche kommen und so da. Welche dann kommen. Ist krass, oder? Ja, es gibt doch wirklich so eine Art Dracula. Pall. Wie sagt ihr denn? Pall, Paul, Pals? Das ist doch voll schmutzig, der Spiegel. Hä? Siehst du dich gar nicht und die anderen auch, oder was? Sag sogar manchmal Paypal aus Versehen, wegen Pall, also. Ist ein, ist ein wildes Wort. Okay, ich lass sie mal da, aber schick sind sie nicht. Schick sind sie nicht, keine Ahnung. Aber, das klappt schon. Oh, den Stoffnot hier. Habe ich jetzt genug Stoff, um das zu machen? Zwei noch. Hey. Die Schafe sind überall anders, nur nicht auf ihrer Scheiß Weile. Hm. Ich würde ja auch schon fleißig Eier ausbrüten. Was denn das? Warum liegt hier Stroh? Hast du irgendwas an den Server-Settings verändert? Zu euren Gunsten? Du bist ja Jeroca. Du bist ja Jeroca. Was soll ich ja sagen? Muss ich ja fragen. Okay, der andere Knochenbruch steht da oben rechts. Oh mein Gott, ich muss den mal tauschen. Was, bei einem Verlierer und Tod haben wir auch sonst nichts. Oha. Das ist ja ultra krasser Game Changer. Okay, das ist krass. Wenn du nicht zurück musst und das einsammeln. Kompletten Respekt hast du verloren von mir. Schon wieder. In Settings. Komplett verloren. Du kannst doch nicht so was ausmachen. Das ist doch ein Main-Ding vom, äh. Das ist doch Main vom Spiel. Ey, ihr habt die Scheiße alles angelassen, Alter. Das, weil das tut erst Psychosen auslösen. Du gehst irgendwo hin, stirbst und dann musst du wieder dahin kommen. Also, respektlos das auszuschalten. Respektlos hier. Schade, dass man das ausschalten kann. Ich würde es fühlen, wenn du auch läufst und dich ein bisschen quälst, dahin zu kommen. Das ist quasi der Schwierigkeitsgrad erst. Man wird nicht so schlimm getriggert. Man tut ein bisschen schauen, vorsichtig ausweichen. Der ist depressiv. Dein ist depressiv. Ich hatte den, ähm, schwer verletzt. Knochenbruch. Fertig, die Leute hier. Ne, ne, dir tut laufend solche Spielen. Gut, ich weiß, wie das geht. Braucht das nimmer. Ja, ich meine, ist ja okay, aber es ist halt so eine Art Nervenkitzel, wenn du weißt, wenn du jetzt den Scheiß machst, dann verlierst du alles. Dieser Nervenkitzel muss auch nicht sein, aber man geht anders an die Sache heran, wenn man weiß, man verliert alles und muss dann noch mal den Weg laufen. Das ist irgendwie geil und irgendwie scheiße. Was soll ich da sagen? Schau mal an. Es gibt Zeiten, da helfen die gar nicht, aber jetzt, wenn sie auf der Weide sein sollen, helfen ja, einfach überall. Waren ein paar lustige Situationen mit dem da hinlaufen, deswegen fand ich schon cool. Hätte ich nicht missen wollen. Mit dem, nochmal den Berg hochkriechen, dann schnell noch einen Pokémon, einen Paul holen. Du kannst ja, und du stirbst wieder, welche mitnehmen und dann mit denen die anderen holen. Und dann sind sie automatisch wieder in deiner Box, wenn du zu viele in der Tasche hast. Ich habe verändert, dass, wenn was liegen bleibt, wenn wir sterben, oder so, dass es zwei Stunden da bleibt. Also haben wir quasi zwei Stunden Zeit. Ich hoffe, ich hoffe, das ist das, dieses, wo steht, Items auf dem Boden oder droppt Items auf zwei Stunden. Ja, dann habe ich die Zeit vom Tag auf 0,75, dass es ein bisschen länger ist, aber irgendwie weiß ich, ob ich es richtig gemacht habe. Und ich wollte am Anfang die Nacht ja, als ich, es spielt zehn Minuten gespielt, da wollte ich die Nacht kürzer machen, aber es ist Blödsinn, weil du brauchst die Nacht, denn da sind andere Pauls unterwegs. Richtig. Boah, der nächste Gleiter hier. Ganz wichtig, Nacht muss sein. Ja, ich bin auch kein Freund davon, alles zu verlieren. Ich bin Freund davon, von mir aus, den Rucksack, aber der Rest behalten. So ein Gürtel behalten und noch so eine Kleinigkeit. Bei Dysteria war das so, dass du safen konntest, dass die erste Reihe zum Beispiel, hast du behalten und der Rest wurde verloren. Dann hast du immer Sachen gedacht, die wichtig waren. Ja. Also 0,75 habe ich Settings auf Tag, Nacht ist 1,1. Was bekommen auch so, konnte man da das konfigurieren, aber ich kann nicht garantieren, dass das so richtig ist. Das verstehe ich halt so mit meinen Übersetzungsworten oder mit meiner Logik, aber das heißt nichts. So manchmal Try and Error. Weniger als länger und mehr schneller so weil mein mein Plan Okay, jetzt will ich mal schauen. Das Ding kann ich hier nicht machen, weil es fehlt, glaube ich, antike Scheiße. Warte. Diese eine Kleidung. Hier. Antikes Bauteil. 1 von 10. Kann ich diesen komischen Chili dann nicht noch mal klatschen? Ist der überhaupt da? Warte mal. Wen habe ich denn jetzt hier? Ich brauche äh Wissen, wüssten wir eine Poste? Wir haben den, den da? Ja, ne? Der da. Und Hunger haben die immer alle. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und es ist richtig hell hier gerade. Hunger haben die alle. Das ist ja hier. Oh mein Gott, die sind alle. Die musst du ja manuell fördern hier. So, hier da, da rein. Ich habe mich mit den Regeln orientiert, die man hat, wenn man über die Gui einstellt. Habe ich? Achso, okay, okay. Das habe ich nie gesehen. Aber es sind ja die gleichen Regeln. Stimmt, hast du ja recht. Müsste ich mal schauen. Müsste ich mal schauen. Habe ich nie eingestellt. Gibt es, dass du, äh, es gibt keine Möglichkeit, dass du das Gewicht ein bisschen erhöhst. Oder ich würde es einfach so verdoppeln oder so. Weil ich farm gerne. Und das Ding ist, du kannst Tiere mitnehmen, die das Gewicht ein bisschen erhöhen. Aber das ist auch nicht so viel. Schau, wie geil. Der Trick ist auf dem Kopf. Wie diese TikToks immer. Wo muss ich denn hin? Ist der, ist der Typ da, hier, da hin muss ich. Ja, aber ich nehme mir, ich nehme mir einen Wolf da hin. Scheiß auf den Boss. Kommt raus. Hier. Zack. Das musst du auch noch fressen. aus Medizin. Okay. Verstehe. So nennt man das in Österreich. Ah, ja. Okay, warte. Ich muss mal kurz, mal kurz probieren. War ja noch genug, ja. Schnellreise. Gehen oder was?